Ja, willkommen, hätte ich gesagt, zum Vortrag. In dem Fall Practically Open Ham Radio. Wir haben lange gedacht, was für einen Subtitel nehmen wir. Und wir haben den gefunden, nämlich Best Hobby, was es gibt. In jedem Fall, genau. Ich möchte auch, das wollte ich immer schon mal machen, die Menschen im Internet begrüßen. Und weil es eine Aufzeichnung ist, auch die Menschen in der Zukunft. Aber nicht alle Einzelnen, bitte. Nicht alle Einzelnen. 2018 und mal schauen, wann wir das das nächste Mal sehen. Finde ich spannend. Okay. Gut, steigen wir schon mal ein. In dem Fall, damit ihr wisst, mit wem ihr zu tun habt. Wer euch da jetzt die nächsten 45 Minuten da jetzt begleiten wird. Ich darf euch den Patrick vorstellen. Macht schon neun Jahre, ist ein Funkamateur. Ein bisschen jüngeres Baujahr. Ist ein Prüfer für den Amateurfunk gewesen. Am lokalen Funkausbildungsinstitut natürlich. Und ist Kursvortragender, kennt sich mit SDR super aus. Und tut auch sehr gern Contesten. Und hört für die Andersgläubigen natürlich unter dem Namen OSE-BSE. Das ist das Rufzeichen. Das ist quasi so ein bisschen der Nick oder das Kennzeichen unter den Funkamateuren. Der Robert hat das Rufzeichen OSEX Romeo Kilo Echo. Ist schon länger dabei. Im Allgemeinen und im Speziellen beim Amateurfunk auch schon viele Jahre aktiv kümmert sich in Österreich, im ÖVSV, um den Satellitenfunk. Macht aber sonst andere Dinge auch noch gern. Satellitenfunk, werden wir heute noch ein bisschen mehr davon hören. ATV, Amateur Television, Amateur Radio Television. Können wir dort gern Digitalfunk und Hemnet machen. Und auch zwischendurch gern Contesten. Passt. Ja, was darf man sich unter Hemradio vorstellen? Das ist Amateurfunk. Die Personen, die das ausüben, sind Funkamateure. Das ist ein technisch-experimentelles Hobby. Ist auch so definiert. Gibt es in wahnsinnig vielen Möglichkeiten. Ist von ganz intensiv bis zwischendurch einmal in allen möglichen Spielarten. Kann man sich das aussuchen. Geht grundsätzlich um Kommunikation. Also man möchte mit anderen Menschen in Kontakt treten. Das wäre so die Grundidee. Und das ist dann das Betätigungsfeld im Technischen. Gibt es auf der ganzen Welt. Ist ein per Definition offenes, ja, eine offene Tätigkeit. Schlägt sich dann auch darin nieder, dass man die Kommunikation, die man da betreibt, auch, die ist nicht geheim, sondern die ist immer offen und ist offen zu halten. Das heißt, muss immer verständlich sein, nichts Geheimnis, nichts Verschlüsseln, derartige Sachen. Genau. Ist unabhängig. Sprich, es gibt zwar staatliche Regelungen, aber ist selbst organisiert und ist jetzt nicht von irgendeiner Firma irgendwann einmal erfunden worden, sondern wirklich von einzelnen Personen und versucht es auch immer zu bleiben. Und da muss man sagen, wir haben uns überlegt, wieso dieser offene Dienst per se ist ja Amateurfunk hat ja keine Affinität zum Open-Sourcen und Open-Gedain. Aber wenn man ein bisschen versucht, die Geschichte anzuschauen, ist bei der Amateurfunk auch dieses Tinkering, dieses Basteln, dieses Ausbüren dabei. Und es ist ein sehr analoger Begriff, der schon viel früher, bevor es Open-Source und Open-Hardware gegeben hat, ist de facto der Funk-Ammateur per se eigentlich immer einer gewesen, der Living-on-the-Edge-Elemente versucht hat, Ideen versucht hat umzusetzen und dementsprechend weitergebracht hat. Genau. Und das schon über gut 100 Jahre. Genau. In der nächsten Folge. Kurz, es gibt auch rechtliche Regelungen dazu, die muss man schon auch noch beachten. Also das ist jetzt nicht Wilder Westen und Niemannsland. Wenn wir die Regeln gut einhalten, dann dürfen wir uns auch in dem Bereich frei bewegen. Genau. Wir haben da vier Namen angeführt von Personen, von denen wir glauben, dass sie inspirierend sind, dass sie als gute Vorbilder oder als interessante Personen genommen werden können. Da gibt es ja mal zum Beispiel den Giulio... Giulielmo Marconi. Den Herrn Marconi. Den Herrn Marconi, ja. Marconi kennt man, die Firma gibt es immer noch. Der Typ hat die herzlichen Ergleichungen gesehen, hat in Italien zum Bauner angefangen. Dann ist er nach Großbritannien gegangen und hat eine Firma gemacht. Und dann hat er halt behauptet, man könnte funken. Dann hat er es bewiesen. Ein bisschen Glück gehabt hat er auch dabei. Aber der hat einfach gemacht. Ja, das war der richtige Bastler. Theorie hat er gesehen und dann hat er gemacht. Der John Taylor, so jetzt dürft ihr ein bisschen raten, wer wer ist. Das ist der Herr Marconi. Der John Taylor ist ein Physiker. Der ist Nobelpreisträger, hat in seinem Bereich seine Sachen gemacht, aber auch Funkamateur. Und hat sich einfach gesagt, nein, da können wir noch was machen. Da gibt es noch was in den digitalen Betriebsarten. Hat sich die Arbeiten des Herrn Scheinern angeschaut und hat gesagt, nein, machen wir. Und ist jetzt einer derjenigen, der eine Betriebsart, eine Kommunikationsform geschaffen hat, wo alle bis vor ein paar Jahren gesagt haben, das kann man ja nicht, dass wir das zusammenkriegen. Geht, natürlich. Das ist der Herr mit dem gewinnenden Lächeln in der Mitte. Der Herr Faraday, der ist schon, der hat im 18. Jahrhundert gelebt, war Sohn eines Hufschmieds und hat Grundlagen der Elektrotechnik entdeckt. Und der war echt ein exzellenter Experimentator. Teilweise gibt es noch die Geräte, die er gemacht hat, die sind noch funktionsfähig. Der hat sich überlegt, wie ist das, wenn wir da Magneten und Strom und Dingsl da hin und her. Und hat auch gut interpretiert und damit echt tolle Sachen gemacht. Der Herr Heaviside, also da oben in der Mitte, das wäre der Herr Faraday. Und der Herr Heaviside hat Telegrafie gelernt. Und dann hat er grundlagende Mathematik für so Vektorrechnung und so Differenzialrechnung gemacht und hat da unglaubliche Arbeiten geleistet. Er ist auch einer derjenigen, die gemacht haben und sind für uns gute Vorbilder. Ja, wenn wir in dem hinkommen, wieso jetzt diese Leute natürlich auch Leuchtfeuer sind, ist die Idee natürlich dahinter, was ist da ein Knüpfungspunkt. Und wir sagen natürlich, auch der Amateurfunk ist eine Art des modernen Thinkerings. Wieso? Die Leute haben eine Idee, sie glauben, das könnte funktionieren, sie versuchen es, sie kommen dann darauf hin, okay, das geht wirklich und geben dieses Wissen weiter. Und dieser Zyklus, dieses wiederholten Zyklus, ist eigentlich in unserem Verständnis eigentlich ein Zyklus des modernen Thinkerings. Und der kommt von Software bis Hardware immer durch den ganzen Zyklus, durchwegs durch die Bank. Und das ist ein Grundwesen des Funkamonteurs, immer was Neues auszuversuchen. Und das war auch immer so, bei den Frequenzen, die uns zugeteilt wurden, also uns Funkamonteuren, sind nicht deshalb gekommen, weil sie so super toll und so technisch gut funktionieren, weil man es einfach nicht gebraucht hat. Und der Funkamonteur war einfach so, prüfen wir mal, schauen wir mal, wie geht es in dem Fall. Und ist er aufgekommen mit ein bisschen Antennentechnik, mit ein bisschen Betriebstechnik, mit Software, da kann man das was machen. Die Industrie hat es wieder erkannt und hat es wieder weiterverwertet, wie zum Beispiel die Handys, würde es heute nicht geben, wenn es keine Funkamonteure gibt. Sende-Empfänger ist eine klassische Erfindung aus dem Jargon. Der Funkamonteur heraus. Und der Begriff Open Source war da vielleicht bei den Funkamonteuren immer schon irgendwie da. Man hat geteilt. Man hat einfach geschaut, ich kann was, ich habe eine Idee, da stehe Ideen aus, ein anderer arbeitet mit der Idee weiter, wir teilen uns das. Das mit der Lizenz und so, das hat es damals noch nicht ganz so scharf gegeben. Und jetzt mittlerweile gibt es Haufenweise Software, Open Source Software für Amateurfunk, Haufenweise auch Open Hardware. Und ein bisschen was wollen wir euch jetzt vorstellen. Davor noch ein Wort zu den Regeln. Ist mir persönlich ein Anliegen. Regeln braucht man. Also jetzt gibt es oft Menschen, die kommen mit dieser Funktechnologie in Kontakt, merken, da ist es jetzt sehr viel leichter, mit weniger Hardware-Wissen kann ich arbeiten. Die Welt steht mir offen. Ja, aber. Das Frequenzspektrum ist ein geteiltes Spektrum. Das kann man sehr schwer einfangen. Vielleicht mit guten Leitungen, die nicht abstrahlen. Aber sonst bin ich sehr schnell beim Nachbarn im Gortentrainer. Und das geht international. Also wenn ich die richtige Frequenz wähle und mit 5 Watt Sendeleistung sende, kann es sein, dass ich die Kommunikation von einem anderen Kontinent auf der Frequenz störe, weil ich bis dorthin trage. Also muss man sich überlegen, was man tut. Dementsprechend hat es ziemlich bald schon mal gesetzliche Regelungen gegeben, und die gibt es natürlich immer noch, wie man im Amateurfunk vorzugehen hat. Die anderen sind noch viel Ärger reglementiert. Die müssen sich viele Dinge kaufen. Wir kriegen es sehr günstig. Und dazu gibt es internationales Recht, internationales Abkommen und auch nationales Recht. Ganz klar. Man muss gewisse Fertigkeiten nachweisen im Betrieb. Wie arbeitet man miteinander? Wie redet man miteinander, damit man das richtig macht? Man muss auch wissen, wie das funktioniert. Da bin nachher ich derjenige, der das immer vortragen darf. Was macht die Sonne mit unserer Atmosphäre und welche Auswirkungen hat das? Wann geht es besonders gut? Wann geht es nicht gut? Oder wann hören Sie mich auf dem anderen Ende der Welt? Manchmal hören Sie mich nur da. Wir brauchen auch technisches Wissen. Wie funktioniert so ein Funkgerät? Wie baue ich eine richtige Antenne? Was bedeutet das? Das muss man abkönnen. Und wichtig auch, das ist zwar keine geprüfte und keine rechtliche Regel, aber wir haben auch einen guten Ton untereinander. Und da gibt es einige Regeln, die wir den Heimspirit nennen. Den Ehrenkodex, den wir haben. Genau. Und da geht es um Respekt, um einen feinen Umgang miteinander. Wie man es macht, so dass man sich nicht beim Hobby, das ja auch Freude bereiten soll, in die Haar kriegt oder sonstige Probleme kriegt. Mir ist wichtig, noch darauf hinzuweisen, Amateurfunk ist ein offener Dienst. Jeder darf das hören. Das ist öffentliche Kommunikation. Ist man vielleicht sonst nicht gewohnt? Ihr alle auch natürlich, ja. Da sind wir jetzt öffentlich. Das wird gestreamt. So sind die Regeln. Jeder darf zuhören. Senden dürfen aber nur diejenigen, die nachgewiesen haben, dass sie keinen Schaß bauen. Und es gibt auch Funkdienste, die nicht für alle Ohren bestimmt sind. Geschlossene Funkdienste. Polizeifunk. Ich glaube, das ist einigermaßen nachvollziehbar. Mittlerweile schützen sie dich technisch. Aber das ist nicht für mich bestimmt. Und ich darf sie nicht hören und verwenden. Bitte auch auf solche Sachen aufzupassen. Es gibt auch für andere Frequenzen Regeln, damit man einfach gut zusammenspielt. Und das ist, wie gesagt, nicht der Wilde Westen und nicht das Niemandsland. Ja, da sind wir schon beim Zoo. Was können wir alles damit machen? Ich versuche einfach nur kurz ein Abweis zu geben, was sind Betriebsarten. Betriebsarten, wenn man sagt, das sind die Spielarten, die wir machen können. Das ist einfach in Morsen. Das ist einfach in Träger, setzen Sender, Aussender ein. Nennt sich Morsen in dem Fall. Ist wie eine Geheimsprache. Das Morsen gibt es schon ewig und alt. Und es gibt auch eine Schule in Graz, die das vermittelt. Das ist die Morseschule in Graz. Da werden Markt, der kann dort teilhaben. Und diese Geheimsprache lernen. Also da gibt es viel Zulaufsagen sogar von sehr jungen Leuten dabei. Sprechfunk sprechen ganz normal mit so einem Funkgerät in dem Fall und mit OKW-Gerät zig Kilometer über Repeater weiter oder sonst über Kurzwelle global natürlich abhängig von den Ausbildungsbedingungen, sprich mit der Reflexion der Atmosphäre agierend. Digitalfunk, natürlich Analogtechnik hat es nicht auch bei uns gegeben, aber jetzt Digitalfunk auch. Da gibt es eigene Netze, IP-vermittelte Netze, Whisper, quasi das Hören unter dem Rauschen, Paktor, eine Art Fernschreiben, die diese Betriebsheit auch ausnutzt und auch Backatradio, ein einfachster Datentyp, Datenaustauschelement, mit dem man auch von A nach B mittlerweile global was senken kann. Wir haben auch eigene Netze. Wir nennen es Hemnet. Das ist ein eigenes IP-Netz, geschlossenes Netz. Wir haben ein eigenes E-Mail-System, das ist PSK-Mail und, 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 und Positionsfunk wie APS. Und das ist nicht genug. Wir, manchmal, wenn wir ganz schräg drauf sind, verwenden wir den Mond als Reflektor, zur Kommunikation. Wir haben eigene Satelliten, um die drüber funken. Wir machen Funk und Orientierungslauf dazu, Notfunk und wir sprechen auch mit ISS. Also de facto auch noch Eigenbau, bis kommerziell, das ist also im Prinzip eh alles eigentlich. Also ein sehr großer Zoo, der da da ist. Genau. Es gibt viele Varianten und das ist für jeden was dabei, in jeder Intensität, in jeder Preisklasse, in jeder, ja, es gibt sehr viele Aspekte dabei. Gut, dann kommt ein Thema der Spielart, in dem Fall Satnox. Satnox ist ein Projekt, was eigentlich sehr klassisch aus der Open-Source-Community rausgibt. Wurde gegründet eigentlich aus der Universität in Griechenland. Die haben den Auftrag gehabt, ein Satellitensystem innerhalb von sechs Monaten zu übernehmen. Das war ein Uni-Projekt. Die haben das einfach gesagt, okay, versuchen wir es einmal. Und das Grundproblem bei niedrigfinglichen Satelliten ist, den hört man maximal eine Viertelstunde. Vom Hören auch in dem Fall, wenn man Satelliten hört, da ist schon mal so ein Element, wo das Funk-Kommodell haben. Antenne, diese Antenne ist eine klassische 70-Zentimeter-Antenne, die es ermöglicht, die Signale von oben zum Aufzunehmen. Man sieht es auch da in dem Fall, da ist es in der Fall eine gesteuerte Antenne. Dieses Satnox-Projekt hat eine Eigenheit, dass erstens die Informationen, die dort gesammelt sind, öffentlich zugänglich sind. Man legt sich einen Account an und kann Daten dementsprechend partizipieren. Man kann seine eigene Station betreiben. Wie betreibt man sie? Man braucht so eine Antenne, man braucht einen de facto einen Raspberry Pi, man nimmt so einen Dongle dazu. Ihr kennt die eh in dem Fall, die alle. Ich habe da sicher noch mehrere liegen. Zuhause, da haben wir wieder einen. Den kennt ihr in dem Fall, das sind die DVB-Tongle. Übrigens, die haben eine Eigenschaft, normalerweise tut man Fernsehen mit denen, aber blöderweise hat die eine Schnittstelle, die jemand entdeckt hat, um die als klassischen SDR zu verwenden. Was SDR ist, kommt dann noch später dazu. Ich soll ihn aber los dazu hören. Aber ich war es raspy bei, diesen Dongle, diese Antenne und ein bisschen Internet und schon ist man Teil des Netzwerks. Man nimmt auf, man ist Teil, quasi eine Empfangsstation und agiert global. Man sieht es an den Punkten da oben, die Stationen dabei sind. Aber, das ist nicht das Letzte noch dabei, die Kollegen haben nämlich dann auch Anleitungen, SDL-Files gemacht, dass man sich die mechanischen Teile dazu drucken kann. Das heißt, man kann nicht nur Antenne wie die fix positioniert, sondern auch eine drehbare Antenne machen. Wofür wird es genutzt? Um Amateurfunk-Satelliten-Missionen zu haben, um Wetterdaten zu empfangen und visualisieren und um auch wissenschaftliche Missionen zu unterstützen. Wie schaut das Ding ein bisschen drinnen aus? Es ist sehr modular aufgebaut, also aufsetzen, tut es, wie gesagt, auf den RTL-SDR, kommt noch ein bisschen später, was das genau ist, hier für eine Software-Komponente, die Open-Source-Elemente erlaubt. GNU-Radio ist auch so ein Jargon, was ich ein bisschen vorziehe. Das ist auch eine Suite, um de facto SD-Elemente zu machen. Linux ist dabei. Es ist ein klassischer Container, ein Docker-Container, beziehungsweise im Bayer haben sie auch ein anderes System dabei. Agiert das Controller und da gibt es eine zentrale Datenbank, die die Elemente steuert. Man meldet sich an, man sagt, ich hätte jetzt gerne die ISS gehabt, also quasi die Warm-Station und dann melden sich die Stationen dann drauf an und dann bringen die die Daten zurück und stellen sie dar. Jefalls diese 3D-Hardware ist sehr gut verfügbar, leicht und nutzbar und leicht nachzubauen und ich muss sagen, wenn man die Komponenten hat, ein ideales Wochenendprojekt, weil man wirklich damit startet. Jefalls modular haben sie es aufgebaut, wirklich Container-Elemente, die wirklich voneinander leicht austauschbar sind und es ist wirklich keine Hürde, das zu tun. Vielleicht nochmal ein Beispiel zu bringen, um was es sich dabei handelt. Das ist ein Beispielempfang. Jetzt vor kurzem hat die ISS zu einem Jubiläum Bilder ausgetauscht, de facto die akustisch, ich werde es dann gleich anklicken, wo man das auch anhören kann. De facto, wenn man diese Station, wenn man sie anmeldet, bekommt man de facto eine Visualisierung des Wasserfeuers. Man sieht, da ist das Signal und es wird dann später zu diesen Daten dann dekodiert. Jetzt schauen wir, ob der Vorführeffekt zuschlägt. Ja, genau. Okay. Aber soll jetzt irgendwas laut werden, gell? Aha, das ist die Frage, wo das hingeht. Wo das hingeht, das ist die gute Frage, ja. Möglicherweise aufs HDMI. Wahrscheinlich. Hört man es bei euch an? Nein, gell? Nein, nichts. Okay. Okay, was hört man dabei? Gut, ich würde einfach sagen, ihr schaut es dann in die Folien. Ja, es ist sehr gut. Okay. Macht nichts in der Präsentation? Was man hört, ist ein rhythmisches Piepsen. Das sind dann Zeilen aus dem Bildsignal. Das wird analog übertragen. Ganz ähnlich, wie man es früher beim Analogfernsehen gehabt hat, nur halt langsamer. Deswegen nennt man das auch SSTV, Slow Scan, Television und super robust und dann kriegt man so ein schönes Bild aus. Ein bisschen verrauscht, da ist noch die Empfang nicht mehr so gut, aber zum Schluss ergibt es so ein schönes Bild. Oder ein anderes Beispiel in dem Fall für einen Wettersatelliten. Auch der Empfang de facto über den Tongle gemacht in dem Fall, der ist auf 127 ist auch ein öffentlicher Dienst. Man sieht da wunderschön in dem Fall, dass es ein Standardsignal was ist und durch die Doppelverschiebung nähert sich einem und geht wieder weg, damit dieses Klassische beim Auto hört. Man hört es lauter, höher und man hört es tiefer. Das ist gleich auch beim Satelliten. Wird da etwas korrigiert von der Software am Raspberry Pi und man schafft es damit wunderschön, das Signal zu machen und wenn man es dekodiert, sieht man in dem Fall da in dem Fall der Kollege Alessandro, der hat das Sicherheit, da ist Italien, sieht man ein bisschen was. Das muss in der Wetterlage von Italien gewesen sein. Das sind öffentlich zugängliche Daten, kann jeder frei empfangen, überhaupt kein Problem, wenn man die richtige Hardware hat, natürlich. Aber so ein Dongle reicht, also Plus Antenne. Oder das nächste Beispiel, in dem Fall, Link, dann kann man auch später dazu machen, es gibt eine Spielart dabei im Satellitenteil, das ist das ARIS-Projekt. Das ARIS-Projekt, das ist das Amateur Radio over the International Space Station und es geht eigentlich darum, dass Schulen und Kinder mit den Astronauten und Kosmonauten sprechen können. Und das wird übertragen dann im Amateurfunkband und man kann da wunderbar dazuhören, zu dem Projekt, was in Graz war, der Lassi-Tier-Projekt dazu bringen. Aber jedenfalls, das war ein Projekt, was vor kurzem war, nämlich in Amerika drüben und die haben das auch im Internet gestreamt und es ist halt, die Kinder haben die Möglichkeit, den Fragen zu stellen, einfach ehrlich sehr atypisch, nicht so üblicher, was isst du und wie ist dein Tag, sondern wirklich ganz spezielle Geschichten. Aber vielleicht kannst du sagen, wie es in Graz war. Ja, das soll ich gerne nachhören, wir sind von der Zeit ein wenig knapp. Sind wir in der Zeit schon knapp? Was man da links sieht, ist jetzt einfach nur die Antwort vom Astronauten, weil das, was aufgeht, das hören wir natürlich nicht, das hört nur der, der sitzt ja weit entfernt. Aber auch das kann man sich dann nachhören, sehr spannend. Links funktionieren, gehen dorthin. Genau, eine Möglichkeit auch ist noch, dass man Satelliten im wissenschaftlichen Betrieb über Amateurfunkfrequenzen betreibt und da hat es schon mal ein Projekt gegeben von der ESA, um so ein Bodenstation-Netzwerk zu betreiben, das dann gemeinsam mit diesen Satelliten arbeitet. Aus dem hat sich dann auch ein Satellitenprojekt entwickelt, QB50, wo man 50 universitäre Satelliten startet, zur Analyse der Atmosphäre und auch ein sehr spannendes Projekt, da hat es mal einen Satelliten gegeben, der ist vor 37 Jahren, glaube ich, gestartet worden. Und plötzlich war er weg. So ein Sonnensatellit, der hat sich dann um die Sonne bewegt, ist der Erde vorausgelaufen und irgendwann kommt er zurück. Und dann hat es dann einen Funkamateur gegeben und der hat gesagt, Moment, den werden wir doch irgendwie wieder zum Betreiben kriegen, baut sich ein Funkgerät, also die Hardware dazu, sucht sich eine große Antenne, also Arecibo, das Größere, was wir haben, und hat wieder mit dem Satelliten sprechen können. Die NASA hat dann das erlaubt, dass die den in Betrieb nehmen. Sie haben mit dem Kommunikation geschafft, dann war er leider irgendwie weg. Man weiß es nicht, aber es hätte auch sehr gut gehen können, es war schon ein großer Erfolg. Auch sowas gibt, also es gibt viele alte Satelliten, manchmal wachen sie wieder zum Leben. Aber nicht nur alte, es gibt auch die modernen Satelliten. Einer ist, wie gesagt, die rechte Seite, das ist der Satellit, was die in sechs Monaten in Griechenland gebaut haben, wirklich Open Source, es ist nämlich gerade in diesen Selbstbau der Satelliten gibt es ja einen Normfaktor, 10x10x10, also diesen 1C-Faktor, und die haben die komplette Hardware, die komplette Software und auch den Aufbau und den Testelementen Open Source und Open Hardware mäßig zur Verfügung gestellt. Also das ist etwas, was eher nicht so die Regel ist, normalerweise, weil man versucht auch Geschäft draus zu machen, aber die haben gesagt, weil sie es geschafft haben, geben sie das Wissen gerne weiter und die haben sogar eine Firma gegründet, um genau solchen Entrepreneurs quasi in diesem Umfeld zu unterstützen. Aber, wie gesagt, es gibt nicht nur die Griechen, sondern es gibt auch, in Graz hat es einen Satelliten gegeben. Genau. Und da gibt es den Mursat, ein Satellitenprojekt mit einem Kunstaspekt dabei, auch im Grazer Realraum mitentwickelt. Das Ding ist dann so groß, ja, ungefähr wie so ein Flaschen. Also, das ist nicht ganz gleich groß, aber das Ding ist ein fertiger Satellit und viele Teile von dem Satelliten sind schon fertig gebaut worden. Die Startmöglichkeit hat dann gefehlt. Aber gibt es jetzt nur Personen, die hier anwesend sind, die bei dem Projekt mitgearbeitet haben? Also, wer will, kann auch da Kontakt schließen. Das wäre auch so ein Projekt gewesen, Open Source übrigens, ja? Gut, wir haben immer schon ein bisschen da gesprochen von SDR und SDR ist die Abkürzung für Software Defined Radio. Wir gehen noch kurz ein bisschen in den Blick, wieso das Ganze, weil eigentlich bis zum 1984 war es klassisch, ein Funkgerät eigentlich nur mit komplementären Elementen zusammenzubauen, mit Transistor, mit Halbleitern, aber immer komplementären Elementen. Das heißt, es war einfach wirklich ein Know-how notwendig, das Klassische als Komponenten aufzubauen. Mit der Software Defined Radio, also mit Einzug der IT, dort an dieser Stelle war es möglich, plötzlich diese Komponenten zu simulieren, in einer Form darzustellen und eigentlich auch mathematisch abzubilden. Und das hat nämlich dann einen starken Durchbruch gegeben, mit der Hardware, da oben mit dem GNU Radio. Genau, das Softwareprojekt, ein offizielles GNU-Projekt, um alles zu richten, um eben Funk in weiteren Sinne in Software zu machen. Dann war die Geschichte mit diesen DVBD-Dongles. Plötzlich gibt es einen Treiber und das Ding kann ohne Vorverarbeitung Daten oder Funkwellen aufnehmen und verfügbar machen. Und dann hat es auch eine Open-Source-Hardware mit mehr Leistung gegeben, das USRP, Universal Software Radio Peripheral. Und ganz plötzlich sind Softwareentwickler da reingekommen und es wurde möglich, da in Software Dinge zu machen, wo man vorher Elektronik wissen und Entwicklung und löten und Fingerverbrennern und was man da alles gehabt hat. Genau. Und mittlerweile gibt es da einen Haufen Hardware, wir haben da ein bisschen was da zum herzahlen. Unter anderem sehr interessantes Lime-SDR-Projekt oder RPDX, die wirklich sehr leistungsfähig sind, einfach günstig und wirklich einladen, die Spielwiese zu betreten und sich zu überlegen, welche Spiele man da spielen kann. Zum Teil haben sie Empfangsmöglichkeit, zum Teil auch Senden wieder, aufpassen, Senden hat rechtliche Beschränkungen. Ja, und natürlich, es ist nun nicht bei dem Empfang stehen geblieben, sondern man hat es auch geschafft, ein bisschen die Interableitung geschickt auszunutzen und sogar Sendefunktionen wie RPDX und Lime-SDR dazu machen. Aber mehr dazu, vielleicht in den Folien, wo es da jetzt kommt. Und die Idee ist jetzt eben das, was man sonst in Hardware macht, in mathematischen Modellen, die man in Software umsetzen kann, zu modellieren und dann die Dinge zusammenzustecken. Das geht in Software vielleicht da als in Hardware, da muss man wirklich Dinge bauen und kompilieren, es geht flott, manchmal Kaffee. Änderungen sind natürlich auch sehr schnell möglich. Ich kann das Arrangement schnell anders machen. In Hardware muss ich das als Entlöten, wieder neu gelöten, eine neue Platine bauen dafür vielleicht. Also das hat die Prozesse auch sehr viel schneller gemacht. Unten haben wir ein schönes Beispiel, wie das von einem ins andere übertragen werden kann. Und das hat jetzt bei den Funkern eine neue Gattung ins Spiel gebracht. Bis dorthin waren das so die Elektroniker und die Betreiber und diejenigen, die sich halt das fertige Zeugs gekauft haben. Auch das ist okay und gibt es. Und plötzlich sind da die Softwareentwickler da. Und die machen das ganz anders. Die brauchen nicht lang Hardware bauen und irgendwo bestellen und teuer und Geld investieren. Plötzlich ist es Zeit. Am Wochenende, Student, nicht viel Geld, aber was tue ich? Plötzlich ist Zeit, die Ressource dem einsetzt und das Spiel wird ein anderes. Und auch jetzt etwas, das hat vielleicht nicht nur mit der Software zu tun, sondern vielleicht auch mit den neuen Medien, mit Internet, mit der Kommunikationsmöglichkeit. Plötzlich muss man nicht mehr lokal zusammenkommen, sich eine lokale Gruppe gründen, sondern man hat eine Community, die man online findet. Man betrifft sich noch nie, aber man hat die gleichen Mittel zur Verfügung und teilt das Wissen so. Man muss nicht zusammenkommen, man kann parallel arbeiten, die Uhr arbeiten in Australien und bis der sein Patch fertig hat, habe ich gut ausgeschlafen, kann ich weitermachen. Genau. Unten noch ein kleines Beispiel, das ist kommerziell, das ist ein richtiges Schlachtschiff, da kann man einige Hektoeuro und Kiloeuro dafür aufwenden. Das ist dann eher ein Tablet, da weiß man ungefähr, was das kostet. Diese Dinger gibt es für 20 Euro aufwärts. So sind die Preiskategorien. Können ähnliche Dinge. Ja, aber es bleibt auch nicht bei dem stehen. Es gibt da durchweg auch hier spannende Elemente, vielleicht gerade auch Abwesen in dem Fall. Den Tongle habt ihr ja schon gesehen in dem Fall, das ist dieser blaue Teil dabei, da gibt es ein paar Typen, die man gut findet. Aber die neueste Hype ist wirklich in dem Fall Test da. Wir haben eine Listen-Moderator für ein 11-L2K. Ich sage mal in einfach Worten, mit einer einfachen VGA-Konverter kann man auch sehen. Aber vielleicht sagst du noch ein paar Werte dazu. Genau, ja. Hat man schon in den 90 Jahren, in den 80 Jahren hat man das gewusst, dass man Signale, die auf einen Monitor gehen, bei einem zweiten Monitor irgendwie mitschauen kann, wenn man das Timing richtig hinkriegt. Und da gibt es die Dinger, die gibt es für 5 Euro. Wenn sie teurer sind, dann sind sie falschen. Ja, wirklich. Und die Dinger verwandeln einfach das, was im Rahmen steht, in digitale Signale. Das ist es. Wer tut das nicht? Und naja, was macht man damit? Eigentlich ist es ein Funkgerät. Wenn ich das Signal nicht einsperre, sondern auf Antenne leite oder kleide daneben ein Telefon hinhalt, dann kann ich das empfangen. Und das ist vor einer Woche ist das released worden. Wochen, 14 Tage. Von einer Woche ungefähr. Also gerade der heiße Scheiß, Latest und Greatest. Und man sieht schon auch, das Ding spricht schon GSM. Also da kann man sich schon als GSM-Netzwerk melden und was noch so einfällt. Also da folgt einem gemügend Leuten ein Haufenweise interessante Sachen ein. Aber man kann nicht die Werte finden, das kann man nur sehen. Also bei einem Telefon muss man empfangen. Dann würde man die halt zusammen und kann man bei das nicht. Das ist doch legal. Aufpassen. Ja, das ist eine gute Frage. Frage, es gibt Grenzwerte, unter dem gilt es rauschen. Wenn da draußen der Bus von der Funküberwachung steht und sie können es gut empfangen, dann werden sie nicht zufrieden sein. Wenn man das aber so macht, ohne Antenne und direkt daneben, dann hat man nur im Nahfeld eine Einwirkung, kann man das ausprobieren. Oder man hat so wie in diesen Verschwörungsfilmen den ganzen Raum mit Alufolie ausgebildet. Also es gibt auch entsprechende Hardware, wo man das einfangen kann oder man verbindet Sender und Empfänger direkt. Dann gibt es keine Abstrahlung, dann geht es. Wenn man das nicht will, dann muss man technische Vorkehrungen treffen, damit man nicht in den Krautkarten anderer kommt. Dann bestimmte Frequenzen und mit der entsprechenden Filterung, dann geht es. Aber experimentelle Hardware, aufpassen, das ist nicht. Aber es muss ja nicht so grob sein. Es gibt auch eine einfache Einstiegsdroge. Das ist, wie gesagt, das ist ein einfacher Dongle, der dabei ist mit einer Software. In dem Fall habe ich schon das von der nächsten Folie geladen für den ATV-Wartefaktor. Mit diesem Dongle und der Software drauf, sei es am Linux GQX oder am Windows mit SDR Sharp, kann man wunderbar ein Spektrum empfangen. Klassischerweise in dem Fall das ist ein Ausschnitt einer Frequenz, wo da in den hellen Punkten die Nutzsignale drauf ist und man setzt sich drauf und macht einfach den Empfang damit. Man kann wunderbar sehen, plötzlich ist es nicht nur das, was ich höre auf einem kurzen Bereich, wo ich wirklich akustisch das höre, sondern es ist wirklich dann auf einem Bereich dann aufgebaut, wo man wirklich auch mehrere Signale hat. Wie gesagt, SDR Sharp bzw. GQX ist zu empfehlen und ja, was kostet es? 15, 20 Euro für den Dongle, 15 Minuten das Ding zu installieren und ready to go. Vielleicht noch eine ordentliche Antenne dazu, das, was da meistens missgeliefert ist, ist eher Placebo von einer Antenne. Die technisch versierten erzählen ich nachher, wie es besser geht. Da kommt man auch drauf. Das Ganze, ja. Aber das Ganze kann man natürlich auch mit Netzwerk machen in dem Fall, wenn man sagt, man nimmt diese Software, diesen Empfang und hängt da ein Netzwerk dazu, da gibt es eine Derivate, was für den Endbenutzer, also sprich für den Consumer, eigentlich nur einen Browserbedarf, um das zu tun. Aber im Hintergrund ist es meistens klassisch auch, es ist irgendein Linux dabei, was diese DVBD-Signale aufbaut, dementsprechend ein bisschen abstrahiert zusammenbringt und dementsprechend darstellt. Da gibt es ein paar wunderschöne Exemplare in diesem Zoo, der linke Seite ist der WPSDR, das ist eigentlich Borderliner, der das ein bisschen erfunden hat, hätte ich fast gesagt. Ja, weiß ich nicht. Auf der Universität haben sie halt gesagt, was machen wir? Also der hat das mit Grafikkarten ausgereizt, der nimmt schon zu langer Zeit wirklich 30 Megahertz, ist deiner, so, okay, in dem Fall aufgenommen und dargestellt und da kann man wirklich sagen, ich stelle mich auf eine Frequenz drauf und kann das einfach konsumieren. Einfach die Adresse WPSDR-Commandsurfen, sich einen raussuchen, den einem gefällt und dementsprechend in Bänder zuhören, sind alles öffentliche Funkdienste dabei. Wenn man sagt, ich mache mir das selber in dem Fall, gibt es in dem Fall die Open-Source-Variante, das ist der OpenWebRX, OpenWebRX ist klassischer Raspberry Pi mit einem Dongle, den startet man hoch, man hat das Signal drauf, man stellt sich auf diese Modulation, die man hat, mittlerweile kann man auch digitale Betriebsarten dekodieren und ein 3D-Bild machen, geht wirklich gut. Ich sage wieder, für mich 30 Minuten, länger braucht ich den Netz zu installieren, vielleicht einer, der es noch nicht gemacht hat, vielleicht ein bisschen länger, aber ich sage 30 Minuten ist ein guter Richtwert. Jetzt haben wir da Probleme mit dem Proxy, weil sonst hätte euch der Robert seine eigene Installation jetzt leicht vorgeführt. Draußen in Dutch Landsberg hat er seinen Finger stehen und kann sich das da jetzt fernsteuern. Ja, aber manchmal haben wir einen Klick. Oder auch nicht? Läuft er? Habe ich einen Rund? Nein, will nicht, mag nicht. So richtig nicht. Aber man sieht da schon die Frequenzen, da kann man sich eine Frequenz aussuchen, rechts kann man die Modulation aussuchen, da gibt es unterschiedliche Orten und dann hört man das. Sache erledigt. Das ist das Funkgerät, du hast die Steuerung dazu. Okay. Vielleicht im Nachgang. Ich glaube, ja, können wir nachher vielleicht auch noch draußen anschauen. Schauen wir da weiter. Gut. Genau. Aber, wie gesagt, das war eigentlich der Einstiegsweg, der eigentliche, wirkliche Königsklasse ist ja dann mit nur Radio. Zum Beispiel. Und da gehe ich jetzt wirklich an den Experten, der das besser weiß. Also, das ist noch eine Sammlung von verschiedenen Funktionsblöcken, die kann man dann programmierter, geschriebener, warte und weise zusammenstecken, ist Python programmiert, ist, glaube ich, recht zugänglich. Oder mittlerweile gibt es auch grafische Interfaces, da nimmt man sich nachher so einen Block, das ist halt dann vielleicht die Schnittstelle zum Funkgerät, dann nimmt man da halt vielleicht ein Ding, das die Frequenz verändert, dann nimmt man ein Ding, das diese Demodulation durchführt, dann nimmt man ein Ding, das auf die Soundkarten ausgespricht und auf einmal hat man einen Empfänger gebaut. In die andere Richtung geht es natürlich auch, dann baut man sich noch einen Schieberegler dazu, damit man das auch besser einstellen kann. Alle diese Dinge gehen oder so ein Grafikelement, dass man das anzeigen kann, wie das Signal ausschaut. Viel mehr ist da der Aufwand nicht. Es gehört natürlich schon ein bisschen Wissen dazu, ja, es ist Signalverarbeitung im weiteren Sinne. Ich muss schon wissen, was es tut, aber ich muss mir da jetzt nicht mehr speziell diese Chips da zusammenlöten oder irgendwelche Oszillatoren bauen und so weiter und so fort. Genau. Robert, breitest du es vor? Ich breite es vor, Bis zur nächsten Folge. Ja, genau. Genau. Es gibt dann auch noch Projekte, wo man Fernsehen übertragen kann, auch eine lustige Spielerei auf verschiedenen Frequenzen und das auch dann wieder empfangen kann. Dein Empfänger hat er da herüben stehen. Ich lasse ihn gerade einmal über den Boden. Ja. Ist so ein Raspberry mit seinem Schild drauf und der Sender ist auch nicht viel was anderes. Da baut man sich ein entsprechendes Modul dazu. Das ist dann, wenn man die richtige Lizenzierung hat, als Funkamateur, vollkommen legal, hat auch gute Qualität und dann passt das. Und dann hat man am Schöckl oben ein entsprechendes Gerät stehen und in der ganzen Steuermark können die Zuschauer diese Signale empfangen. Vollkommen in Ordnung. Open-Source-Software von unten bis oben durch. Und genau. Robert könnte das da demonstrieren. Hast du das jetzt? Ich habe es jetzt einmal im Reboot-Modus da gemacht. Sparen wir uns die Zeit drauf zu warten. Genau. Gut. Aber vielleicht noch ein Thema, das auch sehr spannend ist, weil es gerade ein bisschen der Basteil, was wir mit dem Teller vorher gehabt haben. Es gibt den ersten Satz Lausie, das ist deiner. Aber das Netz in dem Fall hat die Möglichkeit, unter dem Rauschen Signale festzustellen. Wieso das geht, das wirkt der Partikel. vielleicht in einem Satz. Aber offenbartig ist ein Plastischer Wort. Es gibt so Schönen-Theorem, wie viel Bandbreite bekomme ich über den Kanal durch, wenn ein Kanal Proort macht, dann wird es natürlich mehr, klar. Oder wenn ich sehr deutlich spreche. Wenn ich sehr gut verstanden werde, kann ich mich schneller übertragen. Wenn ich sehr schlecht verstanden werde, muss ich einfach entsprechend langsam sprechen. Und man kann es so weit treiben, dass man schon im Rauschen vom Ohr hört, nichts mehr hört oder auch so auf so einem Diagramm nichts mehr hört. Nur wenn man das über sehr lange Zeit integriert, kann man das Rauschen auserfüttern und übrig bleibt das Signal. Es wird natürlich langsam, aber wahnsinnig weit tragend. Das heißt von an der Arktis, das ist unten, das ist dort, wo man in die Erde hineinkommt, bis nach Europa, Nordamerika, um die ganze Welt kann man diese Datenverbindungen machen. Und das mit ganz geringer Leistung, 5 oder 10 Leistung reicht vollkommen aus. Ein Grad Dynamo, 5 Watt, das ist ungefähr die Leistungskategorie. Genau. Und dann sieht man halt da, das Dekordierte, das Programm. Übrigens, das ist der John Taylor. Der hat diese Sachen vorangetrieben, der hat einfach gesagt, das geht, das machen wir. Aber er hat ja angefangen damit, wo er gemeint hat, ich sende jetzt über den Mond. Der hat mit dem Mond und Reflexion und Atmosphäre gemacht, das macht einfach Spaß, mit dem hat er angefangen. Gut, da sind wir schon bei den anderen Beispielen aus dem Zoo, den wir haben. Funken über den Mond, also Reflektor natürlich. Es gibt auch andere Elemente, das UKH, das UKH, der hat sich zu erauf gemacht. Es gibt liberalere Staaten, die Ballone starten können. Österreich ist es leider nicht so. Aber in England ist es kein Problem, eine gewisse Gewichtsklasse, dass du einfach einen Ballon starten lässt. Und die haben das geschafft, Floater zu machen. Floater versteht man, dass man eine richtige Balance zwischen Gewicht und quasi Auftrieb hat, dass das Ding um die Erde fliegt, über die Windausbeidung. Und da gibt es solche Floater, die machen das 20 mal, 30 mal mittlerweile, ohne Stress. Und da gibt es Netzwerke, die das einfach trecken, weil die einfach ähnliche Positionsdaten dabei schicken. Nur ein kleiner Hinweis, das ist das Funkgerät, das hat außen und zwar so ein kleines Rappanelle drauf, das ist nicht größer als meine Hand und das macht das. Und Menschen rund um die Welt empfangen das. So weit kann man das treiben. Sprachnetze natürlich, dort verwendet man es auch. Da hat man de facto auch dieses DMA, also Open Source Codex drinnen. Das heißt, man kann kommerzielle, weil es doch eine klassische Voice-over-IP-Technologie ist. Da hat man auch versucht, ein bisschen mit dem Codex was zu tun und da zu agieren. Und das nächste Beispiel, gut, das ist aus Hemnet. Hemnet ist ein großes IP-Netzwerk, das wir als Funkkomitei da betreiben. mittlerweile global ergeben und ja, ein Netz für uns und das baut man mit Freude einfach immer schön weiter dabei. Nur ein Wort dazu, Open Source Codex haben wir schon mal gehabt auf den Liedungstagen, geht ob bis 700 Bit pro Sekunde verständliche Sprache zu übertragen. Und der ist patentfrei und quelloffen. Finde ich okay. Ja, und dann natürlich ein paar Basel-Projekte, wie ihr seht, dass Antennen natürlich, das ist ein bisschen von den Kollegen gefertigt drin, aber man kann sowas auch selbst machen oder man macht es zum Teil auch selber den Antennen, wenn man weiß, wofür Länge das hat und bei den Funkwetten ist das durchweg eine Möglichkeit, da dementsprechend zu agieren. Ja. Genau. So, das wäre jetzt mal so von den Dingern das gewesen. Da haben wir vielleicht jemanden dazu gebracht, der sagt, aha, finde ich spannend, möchte mehr davon wissen, wer seid ihr? Funk-Ammoteure, ja. Wo findet man euch? Wir sind organisiert als Verband. Es gibt auch welche, die nicht im Verband organisiert sind. Wir sind organisiert und wir finden es ganz gut. gut, ja. Es gibt in der ganzen Steiermark Ortsstellen, also lokale Vereine, die sich da regelmäßig treffen und gemeinsam Dinge machen, weil nur ein Kämmerchen geht, aber manche wollen so viel kommunizieren, dass sie tatsächlich Menschen in real life treffen wollen, das kann man machen. Und zum Beispiel gibt es in Graz da einen Verein, es gibt in Weiz, in Deutschlandsberg, Vertreter Deutschlandsberg, in Leibniz, in Tobel, es gibt dann noch das Grazer Vulkanland, fühlt sich ein bisschen anders an als das andere. Also ziemlich in jeder Ecke. Manchmal gibt es zwei, dann schaut man, wo taugt es ihm besser. Und einige mehr noch. Homepage ist da oben zu finden, dort kann man sich das mal anschauen. Wo gibt es sonst noch Amateurfunk? Es gibt auch im Realraum, Hackerspace in Graz, eine Funkbude. Auch dort wird Amateurfunk betrieben. Auch das sind Personen hier anwesend. Es gibt in Deutschlandsberg ein Tinker, ein Tinker-Lab, Space Lab 612. Genau, ein kleines feiner Bereich, wo man gerade die Open-Source wie 3D-Drucken-Elektronik bastelt. Wir haben jetzt vor kurzem einen Wulitzer mit einem alten Wellapparat bastelt. Voll schrägiges Element für Kunstprojekt, aber auch Amateurfunk dazugeben. Und das ist wirklich eine coole Sache. Crossover zur Hackerszene. Gibt es auch auf der Technischen Universität. Dort wird übrigens ein Satelliten kontrolliert. Der TUG-SAT wird von dort aus gesteuert auf Amateurfunkfrequenzen. Und im Keller unten haben wir die Möglichkeit, dort auf einer Funkstation zu arbeiten. Tolle Sache. Und dort wird auch regelmäßig der Moise-Kurs abgehalten. Jeden zweiten Freitag wird dort unten gemoist. Genau. Es gibt auch, ja, schauen wir weiter. Genau. Wie wird man es? Fünf Schritte. Wissen aneignen, Prüfung ablegen, Lizenz, Community und dann machen. Zum Wissen aneignen. Jetzt kennt man das natürlich. Ich fange von unten nach im Eigenstudium machen. Geht. Kein Problem. Vielleicht für manche leichter, das mit jemandem gemeinsam zu lernen. Oder man nimmt den organisierten Kurs, der in acht Samstagen zum Funkamateur machen soll. Dann geht man zur Fernmeldebehörde, legt dort eine Prüfung ab, bekommt ein Zeugnis, da steht drauf, dass man gewisse Dinge kann und mit dem geht man nachher zur nächsten Tür bei der Behörde und sagt, ich hätte gerne bitte für einen Einwurf von wenigen Münzen eine offizielle Bescheinigung, dass ich mitspielen darf. Das ist dann die Lizenz, da kriegt man nachher so ein Rufzeichen und dann ist man dabei. Dann könnte man, wie gesagt, zu Hause im Kämmerchen oder man spricht mit anderen Menschen, versucht da in die Community einzutauchen und dann machen. Idee, ausprobieren, nicht zu lange denken, machen, ausprobieren. Theorie gibt es viel, Praxis zeigt meistens noch ein bisschen mehr. Und dann teilen und dann haben die nächsten Ideen und können weiter. Und wenn wir bei machen sind, das ist genau der richtige Punkt, wo wir jetzt in den Open Source hineinsteigen, nämlich von den GNU-Radio, damit ich nicht um was uns gestartet habe. Wahrscheinlich Vorführeffekt. Oder auch nicht. Bitte. Genau. So, das wäre jetzt dieses, das wäre GNU-Radio mit dieser grafischen Oberfläche, mit dem GNU-Radio Companion. Das funktioniert nicht so gut. Sollen wir starten einfach? Nein, warten ein bisschen. Was nimmt man auf der linken Seite ist dieser Quellblock. Ja, genau. Der Quellblock, wo man dieses Funkgerät hineintut, dann hat man so ein bisschen Dekodierung. Rechts oben ist dieser Funkdekodierer, wie sagt man eigentlich, Demodulator. Demodulator, ja. Und herunten ist die Soundkarten. Und die anderen Blöcke sind so ein bisschen Hilfsdinger. Und wenn man das startet, und da halt ein bisschen was zum Anzeigen, damit es auch hübsch ausschaut, und damit man ein bisschen Action sieht. Und wenn man das startet, dann... So, für welchen Sender machen wir gerade Werbung? Wir machen für ein Privatradio. Genau. Und dann stellt man Frequenzen, zum Beispiel 99.1, ist in dieser Gegend etwas, was man gut empfangen kann. Und dann sieht man da in der Mitte diesen Zacken, der da rauskommt, sieht man als empfangendes Signal. Ich werde das da ein bisschen gleich ein bisschen glätten drüber, dann sieht man es besser. und nachher sieht man, da kommt Audio raus. Also ihr seht es jetzt. Unter günstigen Umständen hört man es auch. Das ist Radio. Viel anders funktioniert ein sonstiges Radio auch nicht. In dem Fall mit so einem kleinen Kastadl und Software. So, ich glaube, unsere Zeit ist aus. Haben wir noch Zeit für Fragen? Wie viele Minuten haben wir noch für Fragen? Zwei? Nein. Zwei. Zwei Fragen? Okay. Gibt es von jemandem Fragen? Oh, Frage da hinten. Radioastronomie wird auch betrieben. Es gibt geschützte Frequenzen. Das GNU Radio Projekt, da gibt es übrigens ein eigenes Paket dafür, für Radioastronomie. Da kann man zum Beispiel so Radiosterne beobachten. Das wird aktiv gemacht. Wirklich also mit Veränderung oder mit Transit und so weiter. Wird durchwegs mit dem Komponenten gemacht, weil diese Komponente haben die Möglichkeit eines Breitbandscans mit wenig Rauschen, Abstand in dem Fall. und die werden durchwegs genau in solchen privaten Empfangstationen verwendet. Genau. Entsprechend passende große Schüsseln, drehbar und man setzt irgendwas vom Berg auf oder so, wo nicht zu viel Einstrahlung von rundherum ist, weil die Störungen sind oft das Problem. Da ist vielleicht zu empfehlen die britische Radioastronomie Association, Link können wir dann im Nachkommen vielleicht noch dazustellen. Die bauen im Selbstbau sowas und dann sagt man, wenn man es dazu braucht. Der einfachste Weg ist wirklich mit Solos zu starten, einfach ausrichten auf die Sonne und die Sonne ist ja ein bester Rauschgenerator, dass man wirklich dort das Signal hat. Das wäre schon Radioastronomie. Übrigens, Jupiter, super Radiosender auf kurzem Bereich. Hat zwar keine Musik, aber man kann durchaus auch hören. Haben wir noch eine zweite Frage? Frage? Die Frage war nach den Voraussetzungen für den Kurs. Wir nehmen alle. Wir haben schon Fleischhauker dabei gehabt. Die haben gezweifelt, aber sie haben es auch geschafft. Interesse, die entsprechende Zeit, eine Bereitschaft, etwas zu lernen. Es ist ein technischer Teil dabei. Wir glauben, dass es jeder schafft. Kommen, machen. Die Erfahrungen sind, dass manche sie leicht tun, manche tun sie schwerer. Geschafft haben es noch alle. So, ich glaube, das waren die zwei Fragen. Gibt es noch sonst irgendwas Dringendes? Dann sagen wir herzlichen Dank. Vielen Dank, ja. Aufmerksamkeit. Und draußen gibt es noch Stände von Funkamateuren und anderen Leuten, die derartige Wart wir haben. Also einfach Fragen. Vielen Dank.